Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur Neueröffnung des Reiterhofes Hubertus und freue mich, dass Sie alle meiner Einladung gefolgt sind. Ich möchte mich bei allen nochmals ganz herzlich für die viele Geduld und die gute fachliche und sachliche Beratung bedanken. Ebenso Dank für die vielen Geschenke. Ohne Ihre Unterstützung wage die Neueröffnung heute für mich nicht möglich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ebenso Dank für's Zuschauen. Ebenso Dank für's Zuschauen. Ebenso Dank für's Zuschauen. Ebenso Dank für's Zuschauen.